Niemand kann behaupten, dass Abnehmen leicht ist, trotzdem bist du hier um es zu versuchen. Jeder einzelne von euch hat sich dafür entschieden um gesund zu leben, schönere Kleidung tragen zu können oder einfach um endlich mal wieder schön schlank und sportlich zu sein. Wie bei allem im Leben muss man auch dafür arbeiten. Hier arbeitet ihr mit Sport und gesunder Ernährung an eurer Zukunft. Jedem von euch wird es sicher mal passieren, dass er oder sie das Gefühl hat, nicht weiterzukommen. Aber gerade dann ist es beim Abnehmen wichtig, nicht aufzugeben. In dieser Gemeinschaft seid ihr nicht allein. Hier geht es allen wie euch. Deshalb wird auch immer jemand da sein, wenn ihr mal ein kleines Motivationsloch habt. Denkt daran, was ihr erreichen könnt. Denkt daran, was ihr erreichen wollt und gebt nicht auf, bis ihr es erreicht habt. Mit Zielstrebigkeit und Fleiß haben es Leute vom Tellerwäscher zum Millionär geschafft. Mit etwas Zeit und Geduld könnt ihr es auch schaffen abzunehmen. Dafür müsst ihr am Ball bleiben. Schätzt eure Erfolge und nehmt einen Rückschlag nicht so schwer. Wenn ihr in ein paar Wochen zurückblickt, werdet ihr staunen, was ihr alles erreicht habt. Euer Wille, das Ziel, das ihr euch setzt und etwas Disziplin, werden euch den Erfolg bringen. Deshalb müsst ihr euch aufrafen und niemals, niemals, niemals aufgeben.